einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde wir schauen uns einen trackern von ma tränk ma trunk ihr wisst was ich meine liegt schon ungefähr seit zwei monaten bei mir und ich hab dir noch nicht mal einmal geschaut aber folgendermaßen wartet mal ganz kurz das ist wichtig wirklich wichtig ab nächster woche gibt es keine reaction videos mehr da ich bin zwei wochen etwa ja weg im urlaub ja und wahrscheinlich werden blogs kommen oder vlogs oder wie die auch heißen also bitte ab nächste woche montag keine reactions wir schauen uns aber diesen trackern ich bin wirklich ehrlich gesagt ziemlich interessiert also los geht's bitte bitte das muss hiphop sein bitte das ist so ein club trends pop beat irgendwie sowas ja ich glaube nicht dass es rap ist aber es klingt gut etwas das ist ich glaube das was für klub also auf jeden fall wenn man einen klub gehen möchte oder irgendwie weiß ich nicht ja ich glaube klub dann hört man so eine musik aber irgendwie ist das gut geil gut gefällt mir normalerweise höre ich sowas überhaupt nicht ehrlich gesagt wirklich nicht das ist eigentlich nicht so meine musik aber das geht wenn man genug wunderschön wenn man genug wodka hat dann kann man ja bitte nimmt es nicht böse aber ich würde sagen das ist so typisches russisches pop trends dance sowas so ganz typisches also ich weiß dass viele russen sowas gerne hören auf jeden fall nicht nur hiphop auch sowas deswegen würde ich sagen das ist so ja auf diesem beat hätte man jetzt richtig locker ein geilen rap reinhauen können sind das ist so gut ich bin ja das ist so gut das ist so gute musik ich bin da total wie die Oma hab ich ich bin ja das ist so gut aber ich konnte Also ich muss sagen, ballert gut. Also für den Club ist glaube ich das optimal, man. Wenn man dann richtig schön was getrunken hat. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Aber diese Stimme ist auch geil, ne? No, 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 no. Ja, und muss ich mir das jetzt die ganze Zeit anschauen, Mann? Das hätte man ein bisschen nach hinten schieben können. Ja, es ist gut. Gefällt mir für den Club optimal. Dankeschön. Ah ja, tschüss. Dankeschön. Dankeschön.